Ich bin der Meinung, das war unsere, ne? Ich hab keine Ahnung. Obwohl, die hab ich niemals hier so reingebaut. Die ist schon irgendjemand anderem. Yo, meine Kartoffelfreunde und willkommen zurück zu Let's Battle. Also wir sollten jetzt eigentlich nicht mehr so viel Blödsinn machen am Anfang von den Folgen. Ja, weil langsam wird's wirklich ernst, meine Damen und Herren. Denn, langsam, wir brauchen jetzt nur noch was zu essen. Wenn wir, warte, wir gucken mal, wie weit unser Eisen oben ist. Weil ich würde, wenn wir jetzt wirklich weggehen. Ah ja, du wolltest ja unten mal gucken, ob du da vielleicht einen Creeper findest. Wir brauchen zwei. Die geschlagen, oder? Wir brauchen. Springt die nur rum. Ich brauch eine Panzer, wir brauchen für die Panzerfaust, ähm, brauchen wir. Zwei Schwarzpulver. Genau, für eine Munition. Das heißt, Eisen haben wir genug mittlerweile. Und, ähm, ja, ich hab jetzt alle wichtigen Sachen, die wir wegpacken, also die wir gleich wegbringen, wenn wir Essen holen, packe ich in, äh, hab ich schon in, bei uns drin hier. Und, ähm, ja. Uns fehlt eigentlich wirklich nur noch diese Panzerfaust. Und, ähm, ja, und Essen. Und Essen. Auf jeden Fall. Ja, gut. So, wir haben jetzt 31 Silber gebrannt. Das reicht uns. Ja, Diamanten sind aber, finde ich, jetzt gerade nicht so wichtig. Hm, wenn die anderen Teams die alle haben. Und wir brauchen, weißt du, was intelligent wäre? Mhm. Ich mach uns mal, Muniz, äh, neue Waffen, neue Schwerter aus Eisen. Ja, ich hab, ich hab noch eins, das ist fast voll. Okay. Ich hab noch genau ein Stick, das passt. Ja, ich hab einen Stein, das ist kaputt gleich. Ähm. Dann hab ich das Eisen. Dann hab ich nochmal einen Stein statt. Stimmt, das hab ich mir vorher auszusehen gemacht, blöderweise. So, und dann mach ich jetzt noch eine Eisenspitzhacke. Ich guck ja so ein bisschen rum, ob ich vielleicht jemand säge. Ja, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. So, der Ofen ist gleich aus. Und ich, ähm, hack mal die ganzen Boxen ab jetzt, ne? Juh, mach das. Weil, bevor die die finden, Digga, ich hab keinen Bock alles nochmal neu zu sammeln, ne? Ja. Oh ne, Shit, ich schwöre, Digga. Das ist wirklich behindert. Weil das, die dürfen wirklich nicht unsere geheime Truhe da in der Ecke sehen, ne? Mhm. Davor hab ich nämlich am meisten Angst. Ähm. So. Ich hab alles weggepackt. Wollen wir Essen kaufen? Essen kaufen? Ja, alles klar. Essen finden. Boah, jetzt wird's auch noch dunkel, ey. Ist gut, ist gut, ist gut. Pass auf, hier ist die Höhle. Mhm. Ich würd's sagen, wir begeben uns langsam Richtung, äh, Richtung, wo wir Domse getroffen haben und so. Weil da in die Richtung waren relativ viele Häuser, find ich. Ah, jetzt wo es eh nach, äh, Häuser? Relativ viele Tiere. Entschuldigung. Versprecher for the win? Mhm. Ja. So, ich hab mal den Shade-Up ja ausgemacht über Nacht, weil es ist immer so ein bisschen doof, wenn man wirklich nichts sieht. Ja, ich kann hier ein Lied von singen. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich springen. Ein Skelett. Kannst du das, ich kann nicht sprinten. Aua. Wenn wir, das Ding ist, wenn wir jetzt sterben, durch Monster, weil wir raggen ja auch nicht, ne? Ja, das ist das Problem. Ach, scheiße. Ich hab's. Hast du was zu essen? Nee, ich hab gar nichts mehr. Das Problem ist jetzt auch. Bloß kein Leben verlieren. Ja, das, das Problem ist auch, wenn wir jetzt auf andere, ups, wenn wir jetzt auf andere treffen, komm ich da runter? Gut, ja. Ich hier drauf geh, ich da drauf, da. So. Bau dich da runter. Da jetzt auf den einen. Nee. Gut. So geht's auch. Mann, das kann doch nicht sein, dass wir so wenig Essen haben. Ohne Scheiße. Ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Fleisch. Hier. Ich bin jetzt gerade ein bisschen gemerkt. Hier oben, hier oben, hier oben bin ich. Ja, ja, ich bin da. Schafe, brauche keiner. Ich hab nur noch zwei Hungerspiken. Oh mein Gott. Ich hab nur fünf. Ja, aber das ging es, wenn das auf null fällt, dann verlieren wir Leben. Ich weiß, deswegen rennen halt jetzt nicht. Spring nur. Ich kann doch nicht mal rennen, Affe. Halt die Schnauze. Pissa. Pissa. Warte mal. Stimmt. Tür bist du. Ja. Aber können wir uns daraus was machen? Creeper. Aber ich will jetzt ohne Essen, will ich nicht auf die Gegner gehen. Nee, nicht wirklich. Jo, mein Domster. Ja, mein Domster. Warte, du lagst bei mir. Nö. Bei mir ist alles supi. Ich hab grad gesungen, fröhlich. Ja, das hab ich gehört. Ja, das hab ich gehört, aber dein Spielchen. Ja, das liegt wahrscheinlich bei Domster, den den Server hostet vielleicht. Nach vorne geportet. Ja, können wir das... Setzt den auf. Warte. So, jetzt ist alles safe. Alter, da siehst du ja gar nichts. Ja, sieht man auch nicht. Oh, dreieinhalb. Nur noch eineinhalb, Digga. Nur noch eineinhalb. Dreieinhalb. Ey, wir brauchen was zu essen, Mann. Ich weiß. Wie viel Leben hast du? Ähm... Oh, Gott! Auf einmal das Geräusch und die Spinne kommt von oben geflogen. Ich hab dir noch zugerufen. Links kommen zwei Zombies. Das dürfte kein Problem werden. Drei kommen da. Vier. Ja, egal. Die Zombies sind kein Problem. Die geben einem wenigstens Essen. Die anderen... Da kommt da so ein Creeper. Achtung, Achtung, der kommt. Ja. Oh, fuck, er hat Essen gedroppt. Ich schlag ihn weg. Pass auf. Er ist tot. Aber er hat nichts gedroppt. Ich hab kein... Ich muss essen. Das ist unser Crafting Box von vorhin noch. Oder vom ersten Mal noch. Guck mal. Ja, ich esse auch schnell was. Pass mal auf mich auf, bitte. Oh, mein Schwert ist kaputt gegangen. Da vorne siehst du die Crafting Box? Mhm. Ich bin der Meinung, das war unsere, ne? Ich hab keine Ahnung. Obwohl, die hab ich niemals hier so reingebaut. Die ist von irgendjemand anderem. Ja, die ist nicht von uns. Vielleicht ist schon noch was drin? Nö. Ach, nee, das droppt ja, wenn man wegkommt. Crafting Box! Oh Gott, pass auf, pass auf, pass auf. Au. Also ich will mich da jetzt nicht ranwagen, weil ich hab nur noch drei Herzen. Hab sie, hab ihn. Okay, wie viel Leben hast du noch? Ähm, fast voll. Nur eins hab ich verloren. Okay, gut. Schafe. Was brauchen wir mit Schafen, Digger? Ich brauch keine Schafe. Ich hab das schon gesagt, Alter. Warum droppen die nicht? Na, haben wir schon jede Folge, glaub ich, mindestens einmal gesagt. Ja. Aber siehst du, du hast jetzt auf jeden Fall wieder mehr Essen, äh, mehr Hungerspiken als am Anfang, weißt du? Ja, schon. Das Fleisch bringt doch ein bisschen was. Ja, du raggst auch ganz kurz, bis es sich halt wieder abbaut. Ja, ich kann meine Minimap auch wieder anmachen. Die hab ich eben in dem PvP-Event ausgehabt. Ach so. So. Sollte natürlich mal auf Schwert gehen. Da hinten sind Kühe. Oder eine Kuh. Geradeaus durch. Die Zombie kommt rübergeschwommen. Da kommen zwei Zombies aus dem Wasser. Komm mit. Komm mit hier. Unsere Rüstung ist schon ziemlich im Arsch, ne? Drück mal E. Pass auf, hier ist ein Loch. Oh, da können wir nachher mal rein, wenn wir genug... Da hab ich gesehen. Hab mich nicht getroffen. Brudi. Okay. Du holst die Kugel. Ja, wenn ich das Skelett hier wegkriege. Die Zombies kommen auch? Ja, die Zombies kannst du ja haben. Ja, ich probier's. Ich bin grad... Ich hab die Kuh. Ich kann nicht mehr sprinten. Oh, fuck. Ich muss... Ich muss... Ich muss aufpassen wegen Skelett, weißt du? Pass auf, da ist ein Zombie neben dir. Wo denn? Hier, hier. Kommt vom Baum. Ich hab's. Komm mit. Komm mit her. Komm her. Komm her. Komm her. Hier. Hinter dir. Komm her. Ich bin noch... Ja, ich seh dich. Ja, sorry Brudi. Ähm, warte. Ich brauch Cobblestone. Hab ich alles dort gelassen. Ah ne, warte. Neun Stück. Hab ich, hab ich, hab ich. Wie viel? Gib mir alles. Hier 56 hier. Danke. Ein Glück hab ich die Box mitgenommen. Das Ding ist, ich hab nur ein Steak, aber, ähm... Oder wir können daraus nur ein Steak machen. Ich, ähm... Rat dir das für dich mal. Ich such mal weiter nach Essen. Oh nein, ich hab Minecraft geschlossen. Ups. Geschlossen oder minimiert? Minimiert. Okay. Gut, ich hatte ja gerade schon Angst. Hier ist ein Fleisch. Äh, hier ist Fleisch. Zombie, 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 zombie. Oh Gott. Warum droppen die jetzt kein Essen mehr, die Wichser? Ich hab zwei Schweine noch geschlachtet auf dem Weg. Jo, ich packe mir das, äh, Ding, gell? Ja, das darfst du haben. Das ist für dich, das ist für dich. Boah, den Ofen... Nein, 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 nein! Sorry, Brodi. Jetzt, da sind jetzt Schweine drin. Schweinekotelette. Ne, 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 ne. Okay. Warte mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz was nachgucken. Sind es hier weiße Rosen? Okay, ne. Hat sich erledigt. Pinkes brauchen wir nicht. Wir brauchen weißes. Ich brauch noch zwei Hungerbalken, dann recke ich wieder. Ich probiere es jetzt einfach mal mit verrottetem Fleisch. Nein, nehm dir noch ein Schwein. Pass es gleich durch. Da ist es durch. Okay, alles klar. Alles klar, Brudi. Gut, gut. Okay, jetzt können wir wieder racken. Ja, ich esse auch noch das andere Stück Fleisch und dann können wir auch wieder ein bisschen rumhüpfen. Ja, aber jetzt haben wir wieder nichts zu essen. Ja, aber jetzt können wir wenigstens wieder ein bisschen laufen. Weißt du? So, komm. Oh, ich habe ihn eingesammelt. Egal. Aber wir verlieren uns ja nicht. Wir sind ja ein Mann und eine Seele. Ein Penis, ein Penis, eine Seele. Ein Penis, eine Vagina. Mann, jetzt. Du Monko. Ja, du bist die Vagina. Ist ja ganz klar. Da ist ein Skelett unten. Aber das kann uns jetzt egal sein. Ich will noch ein bisschen racken. Ja? Ja, racked. Ich kann dich auch töten, wenn du willst. Willst du mit der Thompson oder mit der Empichs wird sich abgeschossen werden? Willst du gewinnen oder verlieren? Mit dir gewinne ich. Äh, mit dir verliere ich. Denkst du, der Turm ist da normal gebaut? Welcher? Der Dreckturm, direkt vor uns. Denkst du, der ist gebaut worden oder der stammt da? Äh, gehört so. Jetzt höre ich wieder volles Leben. Jetzt nicht mehr. Jetzt wird aber nicht übermütig, mein Kind. Achtung. Babyzombie. Der grummelt so. Halt den Maul. Okay, auf jeden Fall. Hier, den Turm aus Dreck. Der hier irgendwo war eben. Hä? Hab ich den nicht gesehen. Da. Aber ich bin auch... Hinter uns. Komm, ich hab' den Baum. Bruder, wo bist du? Ich seh' ich nicht. Ach, da. Du so'n Lappen. Hier. Den, den da. Den, da. Keine Ahnung. Sieht nicht so aus, als ob das so gehört. Es wird Tag. Komm, wir gehen weiter. Ich würde mal behaupten, dass es nicht so gehört und absichtlich. Okay. Dann waren Domza und Yannick hier. Ja, oder Dölid und Sparic. Man weiß es nicht. Naja, ich... Da wir hier die anderen beiden gesehen haben, denke ich eher, dass Domza und Yannick sich mal in dieser Gegend hier aufgehalten haben. Stell dir vor, die finden jetzt unsere Base, Alter. Ja, ich hab' ja alles verpackt. Da ist ja nichts, was die mitnehmen können. Nichts, was wir leichter setzen können. Nein! World Border. Ja, aber da ist ne Kuh. Ja, dann haben wir Pech. Dann geht's weiter. Mann, 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 Mann. Der World Border ist ja übel laut, gell? Ja, wie wir das einfach nicht gecheckt haben. Das Ding ist, ich hab' auch echt nicht geahnt, dass es so laut ist. Werner, du das nur, dass der World Border so laut ist? Waaah? 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 Werner? Doch, aber... Waaah? Da sagt der Meister... Werner, du das nur, dass das Mobilt so laut ist? How small. Nur weil du den Dialekt nicht kannst? Pisser. Pisser. Ficker, Digga. Ich hab' mich grad selbst angespuckt. Geil. Oh, es wird Tag, da wird's... It's Shader Time. It's Shader Time. Okay. Halt du mal ein bisschen... Das gibt's ja nicht. Ja gut, wir sind auch bei 740, oder so. Da ist ein Schaf einfach mal auf'n Baum. Ich guck' immer mal so ein bisschen hinter uns, also links von uns können sie jetzt nicht kommen, das wissen wir. Hm, nur von grade aus, oder ich mach' den Shader wieder aus. Ich hab' zu Panik, dass ich die nicht sehe. Sorry, Leute. Es tut mir leid. Ich hab' nur geguckt, ob da was sinnvolles ist. Okay, dann gehen wir wieder raus. Ja... Bisschen nach hier können wir doch hoffentlich noch, ne? Ja. Ja. Den Webboarder sieht man halt leider nicht, ne? Mhm. Wenn wir da jetzt gegenkommen, dann verraten wir uns auch. Aber ich krieg' die ganze Zeit keinen... Okay, ich sprinte aber auch nicht mal. Aber ein bisschen Fräsen wär' doch ganz cool, ne? Wär' ganz sicker Shit. Eins hab' ich jetzt weg. Ich hab' noch zwei Rotten Flesh, Bruder. Ich hab' glaub' auch noch Rotten Flesh. Hm. Keine Tiere. No animals. Why? Why? Ja, das ist schon eine richtig gute Welt. Das ist unsere Ding und Snihan. Das ist der Kontaktort mit Domso und Yannick. Oh, das war ein Fleck auf meinem Bildschirm. Ich dachte grad, da wär' einer. Haha. Ich sneak' hier mal ein bisschen runter, ne? Ja. Ja, sneaken und dann... Wui! Ich hab' echt Panik. Also, sie haben uns ja eben gesagt, also wir nehmen alles in einer Reihe auf und zwischendurch treffen wir uns immer so. Oder reden halt im Team-Speak und jaja, aber er hat uns jetzt gesagt, okay, gut, dann sneaken wir hier ausloggend. So, dann, äh, bis zum nächsten Mal, ähm, wenn wir sie endlich mal kontaktieren, die Gegners. Wir nehmen Dom the Space auf jeden Fall aus. Ja, oh, 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 ja, Bitches, okay. Haut rein! Also, haut rein, Leute! Tschüss! Tschüss! Musik